Wir leben in historischen Zeiten, meine Damen und Herren. Momentan ist jedes Wochenende französische Revolution. Dagegen war 1789 ein Wachkoma. Die sogenannten Gelbwesten. Als ich das Anfang Dezember zum ersten Mal gesehen habe, diese Bilder von den Gelben Westen in Paris, wie sie da marodieren, Brandschatzen, sogar den Arc de Triomphe haben sie beschädigt. Ich musste sofort an meinen Großvater denken. Wenn Opa das sieht, das reißt ihn noch mal kurz aus der Demenz. Der denkt, was er mit der Wehrmacht begonnen hat, vollendet jetzt der ADAC. Ich frage mich nur, wie kommen die Franzosen plötzlich darauf, sich so anzuziehen? Und noch dazu in Paris, der Stadt der Mode. Ich war letzten Sommer dort. Und ich hab mir damals schon gedacht, nicht mehr lange, dann knallts. In Paris ist jetzt sogar in Parks das Rauchen untersagt. In Parks, in Paris. Das gäbe hier in Nürnberg ein öffentliches Bratwurstverbot. Da wären Sie auch sauer. Sie würden sich wahrscheinlich Naturdärme überziehen, randalieren und Vegetarier anzünden. Das knistert so schön, an denen ist ja nix dran. Und die Zigarettenschachteln in Frankreich sind jetzt alle schwarz. Damit man die Marke nicht mehr erkennen kann. Stellen Sie sich das mal hier vor. Sie müssten Ihre Bratwürste auch noch unkenntlich machen. Was wär das dann? Brei im Wettler? Dafür hab ich die Franzosen ja immer am meisten bewundert. Für die permanente Kippe im Mund. Sehen Sie sich jeden berühmten französischen Film an. Alle Qualmen. Immer. Egal bei welcher Tätigkeit. Französische Chirurgen haben während der Herz-OP in den offenen Brustkorb geascht. Und das wird Ihnen genommen. Ein Franzose ohne Stängel im Gesicht ist ein Belgier. Die Warnweste dagegen ist das hässlichste Kleidungsstück seit dem Blätterteigmantel. Das ist doch immer das Schlimmste an einem Autounfall. Die modische Erniedrigung. Als wär's nicht schon wüst genug, dass der Reifen geplatzt ist und der Beifahrer einem die Polster vollblutet. Nein, man muss auch noch dieses Ding überziehen und damit am Straßenrand stehen. Das kann ich mir nicht leisten. In meiner Position. Da fahren die Leute vorbei und sagen, da schaut der Treter, jetzt ist er Schülernlotse. Hab nix gebracht mit dem Kabarett. Aber ich glaube, es hat gar nichts mit Frankreich zu tun. Die Warnweste ist einfach das typische Outfit für die Online-Gesellschaft. Sofort verfügbar, ohne dass man sich groß bewegen muss. Wie bei Amazon. Wir haben es doch jetzt alle an Weihnachten erst wieder erlebt. Diese Verfügbarkeit. Wer besorgt denn heute noch Geschenke? Man muss halt ein bisschen klicken. Und man kriegt natürlich auch was selbstgeklicktes geschenkt. Unter einem geklickten Christbaum mit geklickten Kugeln und einer geklickten Krippe. Das einzige, was ohne klicken kommt, ist die Verwandtschaft. Man klickt sie nicht, man liked sie nicht, aber man würde sie am liebsten teilen. Und wer Gelbweste werden will, muss eben auch nur klicken. Am Kofferraumdeckel. Was war das früher für ein Aufwand, wenn man sich einer Gegenkultur angeschlossen hat. Die Klamotten, die Frisur, die Musik, der Krach mit den Eltern. Ich wollte mal Punk werden. Als ich alles beisammen hatte, war die Love Parade in. Und kaum hatte ich dafür, die Tattoos wurde die Love Parade eingestampft. Schließlich dachte ich, na gut, wäre ich eben juppi. Young Urban Professional. Rausgekommen ist das. Ein UFO. Urban Franconian Oldie. Und das braucht's alles nicht mehr. Jetzt kann man aus dem Nichts heraus Teil einer Bewegung werden. Genauso wie man heute aus dem Nichts heraus tausend Freunde hat. Die Gelbwesten sind eine Gemeinschaft von Leuten, die kaum etwas verbindet. Wie bei Facebook. Außer so einem Gefühl im Bauch. Wie bei Tinder. Was zu utopischen Erwartungen führt. Wie bei Parship. Die alle wirr durcheinanderplärren. Wie bei Twitter. Während sie ohne Führung durch die Stadt marodieren. Auf der Jagd nach etwas, das es nicht gibt. Wie bei Pokemon Go. Aber jetzt, da sie mal damit angefangen haben, wissen sie nicht mehr, wie sie aufhören sollen. Wie bei allen Internetdiensten. Sie benehmen sich wie völlig verblödete User. Und da kann man doch nur sagen, fantastisch. Nur so geht's. Sie schlagen das System mit den eigenen Mitteln. Der neoliberale Staat will Menschen, die für wenig Geld arbeiten und sich für viel Geld selbst versorgen. Die Gelbwesten wollen weniger Steuern zahlen und dafür mehr Sozialleistungen. Im ersten Moment würde man denken, klar, Franzosen. Nein, es ist Widerstand. Idiotie bekämpft man am besten mit Hirnrissigkeit. Deshalb haben sie auch keinen Verhandlungsführer, weil es nichts zu verhandeln gibt. Es geht nur noch um die Frage, wer ist am Ende der Dümmere? Der hat gewonnen. Aber das eigentliche Problem ist natürlich, was macht man jetzt bei einer Autopanne in Frankreich? Wenn man die Warnweste nicht anzieht, kriegt man einen Strafzettel, wenn man es tut, Tränengas. Gut, wir Deutschen, wir kennen ihn ja, den Franzmann. Nach zwei Weltkriegen wissen wir, am besten man fährt gar nicht erst hin. Matthias Tretter! igv Juventus Vrück 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 pra Vrück